gelbe normalerweise gelb gold wie auch immer wie es halt die ein oder anderen wohl nennen mögen ist mir ja wurscht aber ich frag mich eigentlich aber auch ob man natürlich dass wir ja level 24 sind ob ich eigentlich durchschnittlich bin oder ob ich sogar höher bin als wie die anderen oder sonstiges weil ich finde bei destiny wenn ein dlc kommen ist oder sonstiges oder sagen wir jetzt einmal könig der besessenen oder sonstigen das und ich habe von neu gespielt hat bist du nage oder da habe ich aber viel schneller gelevelt oder bin beziehungsweise habe ich viel geilere items schon gehabt als wie davor da haben wir wenigstens ein auftrag da ist so einmal dies wird wahrscheinlich ein neuer auftrag von euch sein während wir versuchen archiv aufzuspüren habe ich etwas arbeit für dich meine kollegen erkennen langsam die vorteile die ein fähiger freelancer mit sich bringt ach das hört sich natürlich sehr gut an sehr gut und zwar oder andere jetzt ist es wurscht recht unten er ist ja nicht da oben jaja da wo man auch noch die mit zwei missionen auf vor uns haben oder Was klinge ich dann eigentlich? Ah, Baupläne. Yay. Ganz toll. Was haben Sie für mich, Bryn? Hi. Wir haben eine gewaltige Ska-Präsenz entdeckt und eine Energiesignatur, die ich nicht wiedererkenne. Das muss das Relikt sein. Bin dran. Gehen Sie Freelancer. Und danke. Ah, liebend gern, liebend gern. So, da vorne haben wir dann auch noch. Ja, das wird mir jetzt die ganze Zeit verfolgen anscheinend. Das wird mir definitiv jetzt die ganze Zeit verfolgen. Ähm, dann haben wir noch bei ihm, genau, bei unseren Havara da. Der wird da schon ja noch die ein oder andere Mission da auch uns noch sagen, was wir da noch zu tun haben. So, ah, kann man da auch Freelancer ansehen, okay. Irgendwo haben Sie mir ja da Anzeige gehabt, dass ich da ja die Vision von allem machen kann. Nicht ja wurscht. So, wir sehen uns hier in New England. Mal auch schauen. So. Du bist zurück. Gut. Hör zu. In einem Stück wieder da? Gut. Komische Gestalterteile von der Auktion gerettet? Auch gut. Lass mich raten. Wirg es nicht gefunden? Schlecht. Sehr schlecht. Er wird langsam zu mächtig. Selbst das Dominion wusste von der Auktion. Jemand, der wie ein Freelancer aussieht mit solchen Freunden? So etwas verursacht Probleme. Trotz unseres Erfolges gibt es Gerede. Verwirrung. Die Sache ist die. Dix leckt seine Wunden. Die Alkanisten, die er an die Scar verkauft hat, haben wir zurückgeholt. Und? Wir haben ihm seine Auktion verdorben. Richtig. Er hat die Relikte verloren und ein paar gefährliche Leute vererbt. Er muss den Druck spüren. Ja, aber das macht ihn gefährlich. Rücksichtslos. Vielleicht können wir das ausnutzen. Ich denke darüber nach. Und du bleib am Leben. Also eigentlich eh so wie immer, oder? Eigentlich eh so wie immer. Na gut, dann haben wir sie gleich in die nächsten zwei Expeditionen, oder? Wären wahrscheinlich nur die zwei sein. Let's go. Wird wahrscheinlich eh wieder keiner am Start sein, wenn wir wahrscheinlich eh wieder laufliegen. Okay, bitte. Jetzt sind wir sie eh schon gewohnt. Jetzt sind wir sie wirklich schon. Nein. Oh. 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 Die ist gut was heißen. Die ist könnte jetzt was heißen. Obwohl wir sie jetzt wirklich schon gewohnt haben, eigentlich die ganze Zeit alleine zu fliehen. Oh ja. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. nach einer gefühlten Ladezeit mal wieder. beendet wenn ich jedes mal die ladezeit rausschneiden würde beendet würde ich glaube ich sagen wir jetzt mal zu übertreiben ich sag jetzt mal drei minuten wegschneiden aber von 25 minuten wenn du das ganze video anschauen würden dann drei minuten fehlen er hat drei minuten da war es ein vielweil das scherz-prokurse lauzeiten so und die märksdauer wird auf alle Fälle komponenten die Baumwolle sind so sehr in den Witz vielleicht sogar muss sein so genau heftig es sein wird hat es wenigstens immer voraus aber anziehen aber auch noch einer weiß auch noch einer der was ganz ganz zufällig die gleiche wie so nochmal gestartet hat da kann man ja auch richtig schön abkühlen wo haben wir denn da was was sind wir denn da was sind wir denn da dann mache ich das auch immer kaputt na scho na scho na scho na scho die kleinen Wichser ich hab gar nichts gehört ich hab vielleicht nur das Tierchen gehört neben auch aber sonst nicht alle alle schon wie weit das ist wir müssen das hier ja leute das ist da das wird richtig heftig das wird richtig heftig zu glückseller zu zweit wirklich zum glückseller zu zweit wir sind so wie zu sehen nix mehr zeigen so am ehemal so mit der abkühlung offen mit uns und geht so aus geht so aus das immer gut oder immer gut perfekt perfekt besser nicht wo unser Hammer ist aber der wird schon aufkreuzen oder machen wir jetzt die ganze Ecke schon feuer wahnsinn auch aber gefickt ist gefickt und geben wir geben wir bevor er sich umdreht bevor er sich umdreht oh das tut er eh schon schön brav das 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 Ich bin aber so wurscht. Einmal! So, ja. Damit wir da ein kleines Gewicht haben. Sehr schön. Ist das da oben, oder was? Ah, das hat er ja schon genommen, oder? Na, warte. Dann machen wir die mal fertig da. Jetzt haben wir keine Gegner. Hau anziehen! Ah, shit! Digi! Und Pickfist! So, da haben wir. Oh, da haben wir klar was. Perfekt! Gea, Gea! Loot, Loot! Scheiß auf alles. Hauptsache, Loot! So, du gehst dann von ihm? Nee, geh mal vom Fuhren. Perfekt! Gutes Dreier-Duo, Alter. Den haben wir gefickt ins Arschloch, und ins Popperl, und im Mundall, und alles rum und dann. Und wir haben sogar so eine Spatze wegrissen, damit er da jetzt schon richtig schemeier geht. Und, da sind wir nicht weg... Neet weg, neet weg! Ja! Bist du eine kleine Pussy, oder was? Bist du eine kleine Pussy, oder was? Ein Wahnsinn! Pussy-Morph! Ah, noch kein Fragment, na gut, oh fuck, oh shit, das ist Arsch, das ist wirklich Arsch, aber, wenn man eher so Spezial nutzt, dann nutzt man das, das geht mal aus, nein, das war jetzt wieder weit weg, scheiße, nutzt man das, das geht mal aus, damit die, ja, scheppachtig ist, oh, die Tanken eh nix mehr gegen uns am Gebiet, oh, der Eisstrahl ist heftig, der Eisstrahl ist wirklich heftig, oh, komm, 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 blutscher, 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 blutscher und tschüss, danke, lutsch, na moin, das hat sich einfach nicht um die Tanken kümmert, der kümmert sich einfach um die Fragmente, geil, Nein, immerhin kümmere ich mich wenigstens um die Gegend, ist ja schon mal was, ja, das nehme ich mal da, okay, gleich ist es vollbracht, Freelancer, sie schocken das, das wäre erfreulicher, wäre das letzte, ha, und platziert, äh, ja, also, wo ist der zweite, ja, grad, Okay, wieso haben es jetzt aufgehört? Weiß es schon jemals? Ich glaubts nicht. Ah, das war wieder der Weg, wo ich mir gedacht hab, das war, oh mein Gott, das war wieder der Weg, wo ich mir gedacht hab, ah, Tanschen. Okay, nett. Ich hab nicht gewusst, dass ein Relikt zu sowas in der Lage ist. Holy shit. Aua, ja. Das können heftige Gegner werden. Oh, definitiv. Definitiv. Ähm, ich wär eigentlich fürs Besiegen, aber ist auch okay, ist auch okay. Definitiv. Ähm, was macht eigentlich mal... Ah. Ah, okay. Ich bin mal wieder alleine. Ah, moin. Mal wieder. Ah, voll. Jawohl. Kommen wir mal. Eins. Zwei. Drei. Zwei überhitzt, aber ist ja wurscht. Überlebt. Das ist mal ein Gericht, dass Sie mühelos einwenden können. Yay. Auf das hab ich mich schon immer gefreut. Dankeschön. So, da haben wir auch gleich das dritte. Perfekt. Und überhitzt. Wirklich ziemlich gefährlich aus. Verglichen mit den Titanen sind sie nicht so tragisch. So, überhitzt, 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 überhitzt. Alter, wie lange überhitzt er bitte noch, oder? Komm. Einmal. Zweimal. Zack. Ist er überhitzt? Ah, aber wir haben's. Aber wir haben's. Ich habe wenigstens Dachkopfes und einfacher. Spaß. Let's go. Na gut. Amal. Ah, ja, das hilft schon. Das hilft schon. Das war jetzt mal. Ha. Es hört einfach nicht auf. Wir schaffen das. Was? Was? Ist du, Tepper, du Hurenkind, du? So Glück wenigstens, wenn ich dann mit Feuer da herumtue, dass ich dann halt extra noch mehr ergehe. Von den Arm. Das ist ja wenigstens schon mal was Positives. Gib mir den Drecksärmchen. Gib mir den Drecksärmchen. So. Uh, der Schuss wieder. Das ist super. Das ist super. So. Oh, fuck. Also, wenn der das macht, da müssen wir dann aufpassen. Definitiv. So, komm her, komm her, komm her. Uh, der macht schon wieder seine Laser-Attacken da. Zack, zack, und tschüss. Ah, der eine Typ muss ich aber auch dumm und deppert. Der ist vollbracht. Ich glaube, es ist vollbracht. Es ist wirklich vollbracht. Es ist wirklich vollbracht. Es ist wirklich vollbracht. Die Ska, die Relikte, die Eskadi, meine Sentinels. Wir haben es geschafft. Ja, das haben wir. 5 von 6. Ich glaube, wir haben es noch nicht geschafft. Anscheinend noch nicht. 5 von 6. Ui. 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 Da muss doch irgendwas dazukommen. Da muss doch irgendwas kommen. Oder wir müssen halt mit ihr quatschen. Und das war's dann. Das kann auch möglich sein. Dass wir quasi den Abschluss dann bei ihr haben. Das kann auch gut möglich sein. Aber wir machen dann noch mal die kurzen Mission für ihr an. Für unseren Hubschi. Dann passt das eh auch. Da muss man ruhig überspringen. Alles. Gibt's eh nix gescheites. Phantasis. Let's go. Wird eh nix wo das dabei spülen. Nein, danke bitte. Der Lutz, da war nix episches dabei. Eigentlich was legendäres, aber ist ja wurscht. Der heißt episch. Ist eh nix dabei. Also. Scheiß drauf. Ganz ehrlich. Scheiß drauf. Woll's blaues, woll's sich jetzt nix mehr aus. Das wird dann natürlich besser. Aber ich kann mir jetzt dazu extrem vorstellen. Dass der jetzt ein heftiger Sprung da am Start ist. Deshalb scheiß drauf. Und mach mal die andere Mission. Und so wird's wahrscheinlich dann auch gewesen sein. Dass wir das so viel gekappt haben. Oh. Schien. Das war wirklich. Da könnte ich glaub ich. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Sicher 5 Minuten nur löschen. Glaube ich wahrscheinlich. Fixt. Da würde ich sicher.